Herzlich Willkommen auf dem Archehof. Alle warten gespannt, denn unser rätische Graufee darf zum ersten Mal nach dem Winter wieder auf die Welt. Hält dich gerade los? Die Freude ist gross. Es geht hin und her. Das Graf schmeckt heller. Der Stierhals wird auch ermütigt und macht eine Pirouette. Nachdem sich alle wieder etwas beruhigt haben, wird friedlich gegratet. Die Gewunderung schaut in einen zu, bei den anderen ihre Kräfte mässig. Dabei verletzt sie sich trotz Erinner noch selten. Während die Jüngsten schon munter ihre Runden drehen, traut sich die anderen erst später um die grosse Überredungskünste ihrer Mütter auf die Welt. Aber am Ende werden sie alle abgeholt und genüsse den schönen Tag auf dem Archehof. ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.